Die Aufgabe eines Young Goethe Ambassadors ist, das Deutsch lernen bei Jugendlichen in Großbritannien zu fordern und zu unterstützen. Das machen wir entweder mit Präsentationen, die wir Schulgruppen geben oder durch unsere Teilnahme an Careers Roadshows. Das sind sogenannte Veranstaltungen, die rund ums Land stattfinden, die Schülerinnen und Schülern bzw. auch Studierenden die zahlreichen Karrieremöglichkeiten vorstellen, die das Land der deutschen Sprache bringt. Was mir besonders gefällt am Young Goethe Ambassador Programm ist, dass wir als Ambassadors zeigen, wie viel man sowohl persönlich als auch beruflich erreichen kann, wenn man eine Fremdsprache lernt. Ich fürchte, heutzutage glauben ganz viele Menschen, dass es wirklich eine brotlose Kunst ist, Deutsch zu lernen oder eine Fremdsprache zu lernen und das ist gar nicht der Fall. – Du hast es, ihm couldst du diese Leute machen. – Du hast es, ihm ohne zu vermuten, weil es nicht wert ist, ja, und das ist gar nicht wert. – Du hast es, ihm entscheidend, dass wir uns gut verstehen, wenn es ein ganzes Unfall ist. – Du hast es, ihm peutst du diese Leute kommen hier rein undaaaht, dass du sie in den ganzen Sprache ver açtetest,